oder haben wir die todes combo gegeben und herzlich willkommen zu einer runde das wollte ich eigentlich aufnehmen zu einer runde wollen ja zudem dass ich eigentlich rote 2.0 kd aufnehmen wollte ist einfach da so viel dazu zu sagen dass ich einfach ein bisschen kompliziert ist mit dem format und ich ja immer wenn ich zeit habe ist der server so überfüllt dass ich zum teil gar nicht mehr auf den server aufkommen jetzt kommt der wieder runter kommt runter wenigstens ob vielleicht kann ich ihn auf der treppe kriegen ja scheiße schade nein 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 da stand ich richtig dumm an der offenen stelle rum genau leute und ich habe auch noch drei leben ja longshot was hat nicht getroffen wie kann denn sowas nicht treffen und dann werde ich von der seite abgeschossen ja pass auf leute zack der ist nicht weitergelaufen was ist das denn für eine missgeburt der bleibt einfach stehen genau genau oh dann läuft er da ach man shit die kacke so so einfach und jetzt haben wir mal eine kleine ich habe irgendwie das gefühl der typ hat hex an weil er so seltsam immer dann gleich in deinem richt sein fricken ernst sein fricken ernst er wurde zurückgeleckt und deswegen habe ich ihn nicht abgeschossen Leute, wie behindert war das denn? Wir haben gerade mal 8 Kills. Immer wenn ich aufnehme, läuft es einfach nicht so. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns in Deine X-Runde. Bis gleich! Leute, und herzlich willkommen zur zweiten Runde. Jo, 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 die erste war ja richtig gut einfach. Leute, die erste war richtig, richtig gut. Und deswegen schieß ich jetzt den Typ ab. Bam. Und den auch. Bam. Und den Pfeil habe ich richtig lächerlich verschossen. Bam. Nein, da hat er den... Ah, Mann, da hat er den letzten Hit gemacht. Shit. Sein Ernst! Er steht da die ganze Zeit rum und dann, wenn ich schieße, bewegt er sich genau dann. Ich glaube es nicht. Ich glaube es ja nicht. Komm her, komm her, mein Freund. Und du kriegst jetzt auf die Schnauze, sage ich dir. Du und niemand anders. Ja, genau du. Genau du! Uah! Nein! Leute! Ich glaube es nicht. Ich komme gerade nicht mehr drauf klar, Leute. Ich komme einfach gerade nicht mehr drauf klar. Oh, da haben wir die Todes-Combo gegeben. Zum Glück, Leute. Sonst wären wir im Arsch gewesen. Oh, so lächerlich gestorben, Alter. Nice. Richtig gut weggekrittet. Komm her. Ja, okay. Schade. Den konnten wir leider nicht mehr wegkommen bauen. Komm bauen. Komm bauen. Aber wir haben sechs Kills, Leute. Und noch zwei Lives. Das müssen wir schaffen. So, passt auf, Leute. Skillshot. Ja, da wird von unten die bessere Range. Sehr schön, Leute. Und es leben nur noch ein paar. Der eine hat einfach fünf Leben noch. Läuft bei ihm. Wahrscheinlich verkämpft er sich irgendwo. Leute, ich will noch ein... Gut. So viel zum Thema. Den habe ich gar nicht gesehen. So, aber es ist auch eine total grottige Runde von mir. Oh, jetzt bewegt er sich genau dann. Ja. Biss dich, Alter. Okay. Jetzt hat er mich. Er versucht die ganze Zeit für die Sixties, Alter. So ein Mongo. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war es auch mit dieser Runde. Wenn es euch gefallen hat. Nein. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Runde. Bis gleich. Und da sind wir auch schon in der dritten Runde. Es geht ja erst in 27, 27, 25, 24 Sekunden los. Aber, ähm, ja, ich wollte noch mal ein bisschen was erzählen, warum, was ich gerade so mache. Also, ähm, ich bin gerade ein bisschen, vor allem erstmal beim Material aussuchen für eine kleine Montage. Also ich nehme gerade ziemlich viel einfach so Videomaterial vom OITC auf, was ich dann verwenden kann, um meine erste kleine Montage zusammen zu machen. Das hatte ich ja mal vorgeschlagen. Und da haben ein paar gesagt, ja, cool, fänden wir super, ähm, und, und deswegen werde ich das jetzt auch tun. Oh. Das skill. Nicht skill. Oh, da ist er ja. Läuft bei ihm, wie er voll in der Luft schwebt, Alter. Oh, er hat daneben geschossen. Ich glaube es nicht. Komm schon. Alter, jetzt läuft der ernsthaft weg. Der läuft ernsthaft weg in dem Scheißspiel. Mein Gott. Jetzt fliege ich hier runter. Nein. Das ist die behindertste Runde ever. Wir haben noch mal zu Montage. Es wird OITC sein, ähm. Was ich da zusammenschnibbel. Da kam einfach noch einer von hinten. Ah, jetzt ich hab wieder den Pfeilbug auch. Oh, Mann. Oh, ich hasse diesen Pfeilbug. Genau, er hat ihn mir abgestaubt. Mhm. Oh, Longshot. Ah, shit. Nein. Und da bin ich tot, Leute. Ja, ich bin da grad ein bisschen an was zum Sammenschnibbeln. Ähm, die Runde waren noch schlechter als die anderen, Leute. Ich bin da grad ein bisschen was an Zusammenschnibbeln. Also vor allem jetzt noch am Material raussuchen, dass ich so ein paar Kill-Kombos hab, sozusagen, die ich da schön zusammenschneiden kann. Und dann, ich bin ja auch, ich kenn mich noch so gut wie gar nicht. Ich mach das mit After Effects und ich kenn mich noch so gut wie gar nicht damit aus. Und ich arbeite mir das jetzt alles so ein bisschen ran. Das heißt, es kann echt dauern, bis das jetzt kommt. Sie wird auch nur super kurz sein, die Montage. Also, entweder sie wird nicht sehr aufwendig sein oder super kurz sein und recht aufwendig. Ähm, aber ihr kennt ja sicher, ihr habt ja schon Montage gesehen, die sind meistens recht kurz. Weil es mega viel Arbeit ist. Wenn du es richtig aufwendig machst, dann, ähm, ja, was soll man dazu sagen. Dann sitzt man da halt locker mal 20 Stunden dran. Hat, wenn man es richtig aufwendig macht. Also so aufwendig würde ich es nicht machen, aber ich versuche mal, das Beste rauszuholen für eine kleine Montage. Auch wenn es nur so ein paar Sekunden mal sind, dann habe ich ein Gefühl davon und dann könnt ihr mir auch mal euer Feedback zu sowas da lassen. Und vielleicht, wer weiß, kommt dann auch mal was hochwertigeres an Montage. Und ich würde sagen, das war es dann mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich immer einen Daumen hoch, wie immer sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's play Minecraft BVB, Multiplay Action, was auch immer. Was habe ich früher immer gesagt, ne? Also Leute, macht's gut und vergesst nicht, bleibt ein Panda.